Heute lernen wir mit Isha Siksberg. Ja, ja. Wir werden es machen. Oh mein Gott! Isha! Jetzt lasst sie doch fassen. Hier sehen Sie Monkey Isha. Ein großer Monkey. Mein kleiner Monkey. Gerade noch gerettet. Monkey, ich habe gerade runtergefallen. Geil. Die sind jetzt der Erkstraße. Ich habe gerade an Geist. Ich bin einer Geist. Ganz kurz vor dem Geist.